Monate und Jahreszeiten Mit der Präposition im sagt man, was in einem bestimmten Monat passiert, im Januar. Das gleiche gilt auch für Jahreszeiten, im Winter. Für spezifische Datumsangaben nutzt man die Präposition am. Am 4. April Bei ungefähren Zeiträumen kann man Anfang, Mitte oder Ende nehmen. Mitte Juni Welchen Monat haben wir? Ich habe im August Geburtstag. Wir fliegen Ende Mai nach Taiwan und kommen Mitte Juli zurück. Am 28. Oktober habe ich Urlaub. Wir gehen im Sommer baden. Das machen wir jeden Sommer. Das machen wir jedenfalls Wir sind in der Mitte요. Der Anfang ist dunes Wien.